Herzlich Willkommen liebe Leute zu einer neuen Reaction es geht wieder um League of Legends es geht wieder um Legends of Runeterra beziehungsweise um Stories aus Runeterra mäßig und ja die wir jetzt schon direkt sehen on screen es findet wohl in Piltover statt äh in Sauen meine ich was hier unter Piltover liegt und ja ohne große Rede einmal Lichen Full Build let's go, let's go Echo war ja zu sehen Noxus Rose, äh Black Rose oder wie heißt Was ist diese Organisation in der Welt? Wow, wie ist es? In einem Cinematic, holy shit Pirate Blade, oder? Was ist das so Ding da? Oh, by the way, Pike, oder? Ja, mal, holy shit Das war schon ziemlich Missed es Noch mehr daheim mit dem Stabem Ich hab' die Schwerpunkte auf den Boden Hä? Cool Toi Das ist mein... Guards? Hey, guck mal, ich versuch das nicht. Nice, 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 nice. Nice, einfach den Sprich gegen sie nochmal. 30. Juni. Ja, auf jeden Fall ein geiler Cinematic. War recht kurz gehalten, aber sollte ja auch nur so ein Teaser sein. Ich glaube, für das Game eventuell. Ich weiß jetzt nicht, wann genau das Game rauskommt. Dieses Ruined King. Ruined King. Und ja, also das waren ja von diesen Ringen, von diesen Rose-Abzeichen besser gesagt, kann man ja sehen, dass die Anhänger von diesem Black Rose-Verband sind oder wie das auch immer heißt. Diese Geheimorganisation, wo Cliff Long drin ist. Und ja, anscheinend verschippen die solche Dinger. Rund um. Arbeitet jetzt Rek'Sai für die? Oder hat Rek'Sai gerade deren Shipper attackiert? Ich glaube, es war so rum, ne? Ich meine, könnte schon wie ein Noxus-Soldat angezogen sein. Nur halt... bisschen offener. Und ich glaube ja nicht, dass Pike für Black Rose arbeitet. Aber auf jeden Fall... Pike-Szene war sehr cool. Oh shit. Oh shit. Sneaky Assassin-like. Pike ist cool. Pity. Such Power Wasted on such ignorant minds. Ja, wenn man wüsst, dass es gleich besiegt wird. Ja, und dann kam der Echo-Boy. Check mine out. God! Aber ich frag mich, wie oft er das jetzt versucht hat. Auch so. Pity. Such Power Wasted on such ignorant minds. Nice one. Und dann haut er das Ding noch weg. Genau. Yes, yes, yes. Genau so will ich meine Sauniten sehen. Sauniten oder... Keine Ahnung. Ist doch scheißegal eigentlich. Aber ja. Wie schon gesagt. Nice Cinematic. Gefällt mir. Ich hoffe, das Spiel kommt bald raus. Ich hoffe, die Expansion hier in Legends of Runeterra wird cool. Pike wird wahrscheinlich als neue Champion rauskommen. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Schwitzt schön. Das war's für heute.